Herzlich Willkommen bei Müller & Spring in Brug. Mein Name ist Stefano Müller. Bei uns finden Sie auf 800 m² und mit über 120 Markenvertretungen eines der grössten Sortimente für hochwertige Unterhaltungselektronik. Gerne nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang durch unseren Laden. Unsere Sortimentschwerpunkte sind Stereoanlagen und Heimkinosysteme. Und das vom Mittelklassebereich, so ab 1500 bis 2000 Franken bis zu Highend-Anlagen. Im Highend-Bereich finden Sie bei uns unter anderem Marken wie Akkufase, Macintosh, Luxman, Theonda oder AVM. Wohl einmalig in der Schweiz ist unsere Lautsprecherabteilung. Sie finden bei uns über 120 Baar verschiedene Lautsprecher, die Sie im direkten Vergleich proben können. Immer wieder beliebter werden auch klassische Lautsprecherkonzepte mit modernster Technik. Wie zum Beispiel von JBL Clipsch oder Tannoy. Seit Jahren gehört aber auch aus Newelkins zu unseren Hauptmarken. Wir führen Tätig von Kopfhörern über Multiraumsysteme bis hin zu den klassischen Highfield-Autsprechern. Das ganze Sortiment. Bei den Highfield-Autsprechern finden Sie bei uns die komplette 600er Serie, 700er Serie und die neue 800er T4 Serie ausgestellt und vorführbereit. Neuem Sortiment führen wir ebenfalls die kanadische Edelmarker Classe. Hier im Bild Delta-Serie, die sich sehr gut zu den Bauers & Wilkins Lautsprecher eignen. Wir befinden uns hier in unserem Highend- und Vorführraum, wo wir Ihnen gerne Ihre Wunschanlage vorbereiten und vorführen. In unserer Tonträgerabteilung finden Sie zudem eine Auswahl von über 20'000 verschiedenen CDs und LPs. Zudem finden Sie das ganze Sortiment von Tonträger und Unterhaltungselektronik ebenfalls bei uns auf dem Online-Shop unter www.muellr-spring.ch Unser 10-köpfige Verkaufsteam freut sich schon auf Ihren Besuch.